Herr Kottmann, Clarion hat eine bewegte Zeit hinter sich, eine geplatzte Fusion und der Kampf gegen einen aktivistischen Investor. Lässt sich beziffern, wie viele Millionen die Turbulenzen in der Summe gekostet haben? Also wir guiden oder geben an für das Jahr 2017 mit Einmalkosten für diese Aktivitäten von rund 50 Millionen Schweizer Franken. Nach dem Ausstieg von Whitetail hat Clarion mit Sabic einen neuen Großaktionär auf Saudi-Arabien erhalten. Wie beurteilen Sie diesen Wechsel im Aktionariat? Für uns ist es eine, auf Neudeutsch gesagt, unique opportunity, also eine sehr schöne Gelegenheit. Eine unserer strategischen Optionen seit Jahren war es, nach einem Ankeraktionär zu suchen, nach einem strategischen Ankeraktionär zu suchen, der 25, 30 Prozent in die Firma investiert und es der Firma ermöglicht, dass sie sich mittel- bis langfristig wertsteigernd entwickeln kann. Halten Sie zum jetzigen Zeitpunkt eine Vollübernahme von Clarion durch Sabic für ausgeschlossen? Ich bin nicht Sabic. Ich kann auch nicht für Sabic sprechen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass mein Kollege Yusef Al-Benjan ein absolut glaubwürdiger, ehrenhafter Mann ist, der ein klares Verständnis mit uns definiert hat, dass eine hundertprozentige Übernahme der Clarion durch die Sabic nicht stattfinden wird.